So, zum ersten Mal im Livestream, mal was Neues auf dem Box-Podcast-YouTube-Kanal. Heute seht ihr mich leider alleine. Also, ich fange erst mal an, so wie immer. Herzlich willkommen zum Box-Podcast 451. Heute ist der 31.12.2023, der letzte Tag des Jahres. Und ja, ich bin heute leider alleine und teste mal den Livestream aus, wie das so ist. Und ja, trage etwas nach, was wir noch nicht verkünden konnten im Rückblick. Zum Beispiel den Kampf von Naoya Inoue gegen Marlon Tapales. Der fand am 26. Dezember in Tokio, Japan statt, im Super-Bantam-Gewicht. Es ging um den IBF, WBR, WBC und WBO-Titel. Und ja, Naoya Inoue hat diesen Kampf ganz deutlich nach Punkten gewonnen. 88 zu 82, 90 zu 80 und 89 zu 81. Sonst gibt es leider nicht so viel jetzt zum neuen Jahr in der Vorschau, worüber wir euch informieren können. Am 6. Januar findet in Las Vegas, in Nevada, eine DAZN-Veranstaltung von Oscar de la Hoya Gold Boy Promotions statt. Dort boxt unter anderem Virgil Ortiz Jr. gegen Frederick Lawson im Super-Welter-Gewicht. Dann Raul Curiel gegen Elias Diaz und O'Hara Davis gegen Ismael Barroso im Super-Leicht-Gewicht. Dieses Event könnt ihr euch gerne angucken, ansonsten ist es etwas ruhig. Ja, im neuen Jahr, ich glaube, die meisten feiern auch erst. Oh, da ist schon jemand da. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, auch auf die Kommentare hier zu achten. Hier, ja, Grüße, das Herz verdeckt leider deinen Namen, deswegen muss ich das gerade mal ein bisschen größer machen. Ich glaube, das steht da, wie wenn ich mich richtig, ja, von Eintracht. Ach so, oder? Ach so, okay, hallo, jetzt weiß ich, okay. Livestream ist ja für uns neu, deswegen muss ich erst mal gucken mit den ganzen Bildschirmen. Aber auf jeden Fall liebe Grüße zurück und ich hoffe, ja, das Weihnachtsevent war auch erfolgreich. Weihnachtsboxen, uns kommen noch viele andere Top-Events im nächsten Jahr und viele Siege und erfolgreiche Kämpfe. So, dann, ah ja, das war super, okay. Cool, so ein Chat, also gefällt mir gar nicht schlecht, also auch wenn ich hier alleine rede. Aber ist ja auch jetzt auch nicht angekündigt, ist ganz spontan, dass wir mal so einen Livestream machen, weil ich auch alleine bin. Und dann war es ganz witzig, das mal aufzunehmen. Zu zweit wäre das noch komplizierter gewesen, deswegen rette ich mal unsere Folge für heute. So, dann haben wir eine Hörerfrage, die ganz passend ist zum letzten Tag im Jahr. Und zwar von unserem Stammhörer Detlef, Detlefson. Was wünscht ihr euch eigentlich für das nächste Boxjahr? Ich wünsche euch einen guten Rutsch und viele weitere Folgen. Alles Gute, euer Detlef aus Marzahn. Ja, erstmal dir auch einen guten Rutsch. Wünschen mir natürlich allen unseren Hörern und allen anderen auch. Was wünsche ich mir für das neue Boxjahr? Ich wünsche mir natürlich viele interessante Kämpfe, dass die Kämpfe kommen, die man sehen will. Ich wünsche mir am meisten, dass Tyson Fury wirklich gegen Oleksandr Usik boxt. Das ist so das, wo man immer noch so kleine Zweifel hat, dass irgendwas diesen Kampf verhindern kann. Das ist ja auch so, weil eine Verletzung kann halt immer auftreten, egal bei wem. Oder irgendwelchen anderen unvorhergesehenen Sachen. Von daher hoffe ich einfach, das ist so mein größter Wunsch, dass dieser Kampf zustande kommt, dass ich den sehen kann. Und dass Deontay Wilder wieder zu alter Stärke Aggressivität zurückfindet und auch vielleicht im nächsten Kampf besser aussieht. Ein bisschen mehr Aktivität zeigt als im letzten Kampf. Das ist vielleicht auch so. Und natürlich viele Siege für deutsche Boxer, auch gerade im Ausland. Und vielleicht haben wir ja mal, ja, vielleicht wird ja jemand auch mal in Deutschland und im Ausland ganz groß, wie zum Beispiel Agit Kabayel. Da kann ja jetzt auch noch einiges kommen. Und das wäre natürlich auch für den deutschen Boxsport gut, wenn deutsche Boxer da erfolgreich sind. Dazu zählt dann natürlich auch Nina Meinke, die auch kurz vorm großen Kampf steht. Dann kommen wir gleich mal, ach, da kann ich auch gleich mal den Wunsch von David vorlesen. Ich wünsche mir, dass das Boxen in Berlin wieder nach vorne kommt. Ja, ich natürlich auch, dass das Boxen speziell in Berlin nach ganz vorne kommt. Ich meine, es war ja ziemlich groß, aber es ist auch schon lange her, als natürlich Härtel, Kölling und so Amateure waren. Da waren einige starke Namen auch bei den Amateuren dabei. Es hat ein bisschen nachgelassen jetzt in Berlin und die dann halt auch erfolgreich im Profilager waren. Ich hoffe, dass Berlin da auch wieder nachziehen kann. Sonst ist ja auch Schwerin da ganz vorne weit mit dabei. Ja, aber natürlich wünsche ich es auch anderen Städten. Also ich meine, es ist ja jetzt auch gut, wenn in Hamburg und so Bayern überall eigentlich gute Amateure da hervorkommen, weil das ist ja auch die Basis für den erfolgreichen Profiboxsport, zumindest meistens. Außer man ist jetzt irgendwie ein Canelo Alvarez. Ja, dann kommen wir gleich zur besagten Nina Meinke, Berlinerin aus Spandau. Also das ist eine super Nachricht, die, ja, die reinkam, ist, dass Nina Meinke vor eigentlich, ja, kann man schon sagen, vor ihrem größten Kampf ihrer Karriere steht. Am 2. März trifft sie auf Amanda Serrano in Puerto Rico. Das ist natürlich auch ein super Highlight. Jack Paul macht das Event, also ist Co-Main-Event, ist auch auf der Card. Und ja, erstmal Puerto Rico ist natürlich was ganz Besonderes. Wahrscheinlich, da finden jetzt auch nicht ständig irgendwie Boxevents statt für deutsche Boxer. Und was auch besonders ist, für Nina Meinke mehr als Serrano, weil Serrano hat schon über dieses Zanz geboxt, die Männerboxen, zwölfmal drei Minuten. Für Nina Meinke wird es neu, das erste Mal zwölfmal drei Minuten zu boxen. Und ja, ich bin gespannt, ich freue mich extrem auf diesen Kampf. Ich glaube, viele. Es ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil Amanda Serrano ist wirklich eine sehr, ja, extrem gute Boxerin. Also natürlich, Nina Meinke ist auch eine gute Boxerin, aber ich meine, sie ist halt schwer zu schlagen, das will ich damit sagen. Und dann boxt sie natürlich auswärts. Das wird halt keine einfache Nummer für Nina Meinke, aber es geht auch darum, dass man sich da gut möglich präsentiert. Und ja, ich denke mal, dass der Kampf auch über die Runden geht. Von daher haben wir zwölf Runden diesmal was zu sehen und drei Minuten. Da gibt es ja auch immer so hin und her. Manche Verbände, Weltverbände erlauben das, andere nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so gut, ob das so gut ist. Ich finde es okay, dass wenn Frauen zwölf Runden, drei Minuten boxen wollen, dass sie es dürfen. Ich finde es auch ein bisschen affig, das dann zu verbieten, also wenn beide sich darauf einigen. Aber was ich schwierig sehe, ist, dass wenn du halt deinen Körper oder in der Vorbereitung jahrelang halt auch eine andere Distanz trainiert hast, halt zehn Runden, zwei Minuten und dann plötzlich umsteigen musst, dass es vielleicht ein bisschen schwer ist. Aber ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel jetzt Nina Meinko oder Serrano früher immer, dann eigentlich trainiert man, glaube ich, so, wie man dann im Kampf trainiert. Also das heißt, sie trainieren wahrscheinlich eher nicht zwölf Runden, drei Minuten, sondern haben vielleicht eher dann wirklich zehnmal drei, äh zehnmal zwei trainiert. Aber ich weiß es auch nicht so genau. Das macht vielleicht auch jeder an, was vielleicht hat sie, also meistens ist es ja im Gym eh so, dass auch Frauen drei Minuten trainieren, weil die Uhr wird dann nicht plötzlich umgestellt. Wenn man mit Männern zusammen trainiert, dann, ja, gibt es nicht zwei Uhren. Auf jeden Fall wünsche ich Nina Meinko alles Gute. Ich hoffe, den Kampf kann man verfolgen und ich bin echt gespannt auf diesen Kampf, weil das ist auch eine große Sache für P2M, wo sie unter Vertrag steht. Und das ist ja ein geiler Kampf, also richtig großes Event. Jake Paul, ah, ich habe gerade gelesen, ja, Livestreaming against the Zone. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Pay-Per-View wird. Zumindest ist es auf der Zone zu sehen. Und ja, ich werde auf jeden Fall einschalten. Und es ist einfach ein Hammer-Frauenkampf, den sie sich alle angucken sollten, weil, ja, das ist auf jeden Fall Werbung fürs Frauenboxen. Das kann man eigentlich schon von vornherein jetzt schon sagen. Und da ich ja auch eine Verfechterin vom Frauenboxen bin, werde ich auf jeden Fall auch mir diesen Kampf live angucken. So, dann kommen wir zu einem anderen Kampf, mit dem vielleicht die wenigsten gerechnet haben, weil das ist eher ein Showkampf. Und zwar boxt die Legende Manny Pacquiao am 20. April gegen die Thai- und K1, gegen den Thai- und K1-Kämpfer Buakau, Buakau Banschamek. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich entschuldige mich bei allen Thailändern. Buakau Banschamek. Das ist auf jeden Fall eine richtige Legende in anderen Kampfsporten. Also nicht im Boxen, das ist ja ja unbekannt. Aber es wird ein Riesenevent, denke ich mal. In Bangkok wird es auch vollzogen werden, der Showkampf, wenn ich richtig gelesen habe. Also Thailand ist ja eh sehr Kampfsport-affin mit Thai-Boxen. Mein Teil, die ganzen Fights kann man da auch besuchen, habe ich selbst schon mal gemacht. Das ist eine Augenweide, sich sowas anzugucken, was die da echt kassieren, einstecken, was das für Kämpfer sind. Das ist wirklich krass. Und ja, warum nicht? Also ich meine, da kann man schon mal so mit 41, der Thailänder ist 41, in den Ring steigen und so einen Showkampf machen. Besonders ist, dass die halt jetzt im Boxen antreten. Also nach klassischen Boxregeln. Und sechs mal drei Minuten boxen. Aber es gibt eine Pause nicht von einer Minute, sondern von zwei Minuten. Also das ist ja neu. Da können sie sich halt ein bisschen mehr ausruhen. Und das Event findet in der Impact Arena in Bangkok statt. Also ja, ist bestimmt sehenswert. Falls man da eh im Urlaub ist, sollte man das machen. Ach, Datlef ist auch schon dabei. Weil, ja, das geht live, was, bis 0 Uhr 0? Egal, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber wir haben deine Frage, oder ich, ich muss ja von mir, ich habe deine Frage schon beantwortet, Datlef, falls du das gerade hörst. Das kannst du dir später dann nochmal angucken. Aber schön, dass du dabei bist. Ich teste das gerade aus. Zum ersten Mal im Livestream. Ja, wie das so funktioniert. Vielleicht können wir das in Zukunft dann häufiger machen. Aber es ist auch eher aus der Not heraus entstanden, weil Robert heute nicht am Start sein kann. So, jetzt kommen wir zu einer ganz traurigen Nachricht. Die hat uns erreicht. Ich weiß nicht, ob alle den Boxer kennen. Aber es ist ein deutsch-türkischer Boxer. Der heißt Cem Kilic. Der wurde, der ist sehr früh, ich glaube, mit 19 schon in die USA ausgewandert. Hat da seine Karriere, seine Boxkarriere gestartet im Supermittelgewicht. Hat auch bei dem renommierten Freddie Roach trainiert in seinem Gym unter ihm. Also war er schon echt bei den besten Händen, würde ich sagen. Hier hat man nicht so viel von ihm gehört, würde ich sagen, weil er halt dann in Amerika war. Aber er ist ja tot aufgefunden worden in Los Angeles mit 29 Jahren, jetzt um die Weihnachtsfeiertage herum. Man weiß, es wurde hier gemunkelt von Boxen 1 und anderen Medien, dass es wahrscheinlich eine Überdosis Drogen waren, an denen er gestorben ist. Und er soll anscheinend jahrelang unter einer Drogensucht gelitten haben und psychischen Problemen. Oft geht es ja auch einher, wenn man drogensüchtig ist, dass man da auch dann psychische Probleme oder sonst was kriegt. Auf jeden Fall traurig, dass man das irgendwie, ja, dass viele das vielleicht auch wussten, dass er jahrelang Probleme hat. Aber ja, auf jeden Fall mein Beileid an seine Familie, an alle, die ihn kannten. Und es ist echt traurig. Also er kam aus Neustadt, Rheinland-Pfalz, und ist einfach viel zu jung gestorben. Das ist halt echt schade. Ja, so eine traurige Nachrichten verkündet man sehr ungerne. Aber man wird es ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. So, dann haben wir noch eine, ja, vielleicht auch traurige Nachricht, aber von dem haben wir ja schon länger, viele Jahre was gesehen. Und zwar geht es diesmal nicht um einen Boxer, sondern um einen Ringrichter. Und ich weiß nicht, ich habe sein Gesicht immer am liebsten gesehen, weil er einfach solche Grimassen, muss man schon fast sagen, während der Kämpfe gezogen hat, und seine Augen so aufgerissen hat, dass vielleicht manche jetzt schon wissen, von wem ich rede. Und zwar ist es eigentlich, ja, mit einer meiner Lieblings Ringrichter gewesen. Und das handelt sich um den heute 73-jährigen Kenny Bayless. Und ja, Legende als Ringrichter, der zieht sich jetzt zurück. Ja, wahrscheinlich auch aufgrund seines Alters, hat bei extrem krassen Kämpfen im Ring gestanden. Alle erinnern sich, Oscar de la Hoya gegen Floyd Mayweather Jr. 2007, Floyd Mayweather gegen Saul Canelo Alvarez 2013, dann Floyd Mayweather Jr. gegen Manny Pacquiao 2015, Alvarez gegen Golovkin 2017, Tyson Fury gegen Deontay Wilder 2020. Also alles echt Hammer, Hammer Fights. Und ich liebe sein Gesicht einfach. Ja, er hat jetzt aber gesagt, dass er als Referee, als Ringrichter für den Start Nevada halt zurücktritt, in den Ruhestand geht. Aber auch geschrieben, dass er noch offen ist. Also er ist gesundheitlich anscheinend noch fit. Und ja, hier steht hier, You might even see me in the ring for an international exhibition of celebrity match. Also er ist offen noch für so Showkämpfe zur Verfügung oder so Starkämpfe, ja, Showkämpfe zur Verfügung zu stehen. Und ja, aber halt wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig, sondern nur noch so für Knaller-Events, wo er Lust drauf hat. Aber schön, dass er dann vielleicht dann doch noch irgendwie weitermacht. Ja, dann kommen wir zu einer Nachricht. Da können wir leider noch keinen, oder kann ich, ich bin gewohnt von mir zu reden, ich muss jetzt von mir reden. Also da kann ich noch keinen Kampftermin verkünden, aber es läuft schon in die richtige Richtung. Und zwar hat Dimitri Bivol für den Kampf gegen Arthur Bettebiev unterschrieben. Und ja, da er bei den Saudis unterschrieben hat oder bei der saudiarabischen Organisation Dreamfights, wird der Kampf wahrscheinlich auch in Saudi-Arabien steigen. Wie zuletzt, ja, der Tag der Abrechnung. Da kommt wahrscheinlich jetzt echt viel in Saudi-Arabien, was ja auch nicht schlecht ist. Bisschen schwer zu erreichen, so aus Deutschland, ein bisschen weit weg. Aber Hauptsache, sie bringen die Kämpfe und man kann sie ja dann auch meistens auf The Zone oder sonst wo sehen. Und das wird natürlich ein Hammerkampf. Bivol gegen Bettebiev, wow. Also da wird es auch schwer, sich festzulegen. Also ja, der eine ist natürlich mehr so der K.O.-Kracher, der andere noch der Feindtechniker dazu, hat aber auch Power in den Händen. Also die Prognose kommt dann kurz vorm Kampf. Aber ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, dass dieser Kampf zustande kommt. Und alles Weitere werden wir dann, oder werde ich, werden wir zusammen verkünden, wenn es soweit ist. Aber zuerst muss Bettebiev natürlich den Kampf gegen Smith am 13. Januar gewinnen, damit es halt dann auch dazu kommt, zu diesem Kampf. Und ich hoffe, er gewinnt ja dann auch. Manchmal weiß man das ja nicht so genau, wenn man das schon so weit vorausplant. Manchmal endet es dann auch nicht so, so toll. Aber schauen wir mal. Ist auf jeden Fall auch eine gute Nachricht für die Boxfans. Ich meine, das ist zum Beispiel auch ein Kampf, den ich mir für das nächste Jahr wünsche, weil das einfach ein Hammerfight ist. So. Und jetzt kommen wir zur letzten Nachricht. Ich weiß nicht, einige von euch haben vielleicht schon was davon gehört. Es geht auch um einen sehr großen Namen. Gervonta Davis ist zum Islam konvertiert. Er hat jetzt auch einen muslimischen Namen. Abdul Wahid heißt er. Bei Boxrec wurde das jetzt noch nicht geändert. Ich weiß nicht, ob er jemals jetzt überall wirklich unter dem neuen Namen antritt. Wenn er möchte, ja. Einige werden sich vielleicht zuerst ein bisschen wundern. Aber die Medien haben es ja jetzt verkündet, dass er quasi einen zusätzlichen Namen oder einen neuen Namen hat. Also, falls ihr was von Abdul Wahid im Ring lest, es handelt sich um Gervonta Davis. Ja, den exzellenten Boxer. Und ja, warum nicht? Also, wenn ihm das hilft, Hauptsache. Also, mir ist eigentlich egal, welche Religion jemand hat. Hauptsache, er zeigt gute Boxkämpfe. Aber wenn er sich da gefunden hat und ihm das in seinem Leben hilft, warum nicht? Also, er ist ja nicht der Erste. Und nach Muhammad Ali, ja, haben es ja einige, sind ja konvertiert. Und von daher, ja, dann alles Gute für Gervonta Davis. Und das war es eigentlich schon mit den News. Die Boxkämpfe sind halt dünn gesät jetzt. Wir müssen halt ein bisschen warten. Heute feiern sowieso alle Silvester. Deswegen mache ich die Folge jetzt auch mal ganz, ganz kurz. Und ja, ihr könnt gerne... Also, ich finde es erst mal schön, dass hier überhaupt jemand dabei war. Ich dachte, ich rede ja sowieso die ganze Zeit alleine. Wäre auch nicht so schlimm gewesen, falls alles schiefgegangen wäre. Ja, hätte es keiner gesehen. Aber ja, vielleicht mache ich das auch noch mal mit Robert zusammen irgendwann. Das ist jetzt mal was Neues. Neues Jahr, neues Glück. Man soll ja manchmal auch neue Sachen ausprobieren. Wäre jetzt auch bestimmt witzig, mit Robert zusammen das zu machen. Vielleicht gefällt es euch auch. Ja, ich finde es auch cool, dass man auf eure Kommentare da eingehen kann. Gleich, manche verbessern uns auch oder wissen ja mehr oder schreiben uns halt auch interessante Sachen oder auch Sachen, die nichts mit Boxen zu tun haben. So wie schönes Haar hier. Ja, schönes Haar ist noch nicht fertig hier für Silvester. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen, gesunden, guten Rutsch. Ich hoffe, dass ihr vielleicht in Berlin nicht unbedingt in Wedding-Kreuzberg irgendwie Neukölln rumlaufen müsst, weil das ist gefährlich. An Silvester, wisst ihr alle, seid auf der Hut. Da geht es richtig ab mit Böllern bestimmt. Und ja, entweder seid mit eurer Familie zusammen, verbringt eine schöne Zeit, geht auf eine Feier, so wie ich später und passt auf euch auf, dass nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Und ja, wir hören uns nächstes Jahr wieder, vielleicht mal mit ein paar neuen Sachen. Und ich grüße natürlich auch Robert und alle, die hier dabei waren. Hat Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Ich hoffe, es war nicht ganz so grausam. Und ja, wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten, auch im nächsten Jahr. Und es macht echt Spaß. Und ja, wir sind ja auch ein bisschen gewachsen. Und es macht Spaß zu sehen, dass manche so lange dabei sind und unterstützen und ihre Meinungen schreiben, ihre Sichten, ihre Punktwertung, ihre Prognosen zu kämpfen. Und das macht so einen Spaß, das zu lesen, weil ich denke mal, man hat halt meistens nicht so viele Leute um sich rum, die alle so Boxfans sind. Klar, im Boxgim und so sind es schon mehrere, aber da gucken halt auch nicht alle alle Kämpfe, manche schon. Und wenn man so eine Community hat, so eine Box-Community, finde ich, das ist halt etwas Besonderes. Und das macht einfach Spaß, weil man, ja, 100 Boxfreunde habe ich jetzt auch nicht um mich rum. Mit manchen kann man drüber reden. Manche sind auch weit weg. Ich meine, Robert wohnt ja auch nicht in Berlin, von daher ist das schon recht cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ja, haltet euch heute ein bisschen zurück, damit ihr morgen noch fit seid. Manche machen vielleicht meinen Neuauslauf mit, ich nicht, aber viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal. Rutsch gut rein, ja. Was mache ich heute Schönes? Ich gehe auf eine Feier in einem, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es ist ein Bunker, wo auch Filme aufgenommen werden in der Grässe oder Straße. Man kann tanzen und es gibt irgendwie auch da einen Bunker. Ich war da auch vorher noch nie, deswegen ist das eher eine Silvesterparty, sagen wir mal. Also, ich könnte vielleicht kurz mal reingucken, wie das heißt. Weil ich glaube, New Yorks Yard of NYE Silvesterparty heißt das. Mal gucken. Mal gucken, wie das ist. Auf jeden Fall ist das eine Musikbrauerei und wird bestimmt unterhaltsam. Davor gehe ich noch was essen, asiatisch, und dann wird ein bisschen gefeiert, reingerutscht. Und da wollte ich auch, naja, vielleicht sieht man sich ja. Ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt, habe ich recht früh gekauft. Aber, ja. Ach, kennst du? Okay. Wer weiß. Kannst ja Hallo sagen, wenn du mich siehst. Okay. Dann schau euch auch viel Spaß, egal ob beim Scrabble spielen oder beim Tanzen, ja. Sonst beim Anstoßen. Am Brandenburger Tor sind vielleicht auch einige. Nika, das ist ja auch das erste Mal, dass man, glaube ich, als Eintrittskarten dafür kaufen muss. Sonst konnte da ja immer jeder hin. Okay. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja.